Jetzt warten wir auf den Lift, dann können wir wieder weitermachen wie bisher. Jetzt müsste auch der Lift-Sensor funktionieren. Ah ja, er kommt schon. Ich kann ihn auch hören. Mal gucken, ob der Lift-Sensor jetzt funktioniert. Ja! So, und jetzt müssen wir nach... Oh, shit. Ich bin zu viel falsch ausgestiegen. Jetzt kommt die nächste... Ach, 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 ach. Ich könnte mich jetzt auch abseilen, aber das Problem ist, das wird schmerzhaft. Vermutlich. Hm. Ja, dann verbrauchen wir die noch ein bisschen. Gut, ich könnte jetzt, wie gesagt, natürlich da runterspringen und mich dann sofort wieder links fallen lassen, aber das Problem ist, das zu erwischen wird schwierig. Ich könnte... Objekt-Info, liftet 25.153, Range 3. Äh, ist schon wieder unterwegs. Geht halt jetzt erst wieder nach oben. So, jetzt nicht aussteigen, sondern jetzt aussteigen. Und jetzt müssen wir aufpassen, da sind nämlich Messerchen. Und die müssen wir in dem Moment erwischen, wo sie nicht schwingen. Okay, door at zero, cutting blade at 15.304, HP 100, HP 19.300. So. Hier ist ein Schalter. So. Jetzt warten wir auf den Lift. Ich glaube, wir müssen... Objekt-Info, switch at door at 50.0, switch at 50.300. Ach, da ist noch einer. Da ist noch ein Switch. Äh. Komm ich da rüber? Hopp. Oh. Ja, okay, der Switch hat nur das gebracht. Dass dieses eine Messer ein bisschen weiter rüberschwingt. Da kommt schon mein Lift. So, und jetzt müssen wir bis auf Null runterfahren. 26.280. Objekt-Info, switch at door at 50.0. Ja. Door at 50.200. Door at 50.100. Ach, das ist ja schon hier. Okay, ähm. Okay, ich muss erst auf 100, dann auf 200 und auf Null. Weil auf Null... Da scheint's dann rauszugehen. Ach, du lieber Gott. 26.280. 26.182. Taktik-Info, drink 312, makes you run very fast for 30 seconds. Ah. Objekt-Info, cutting blade at 28,100 HP, 130, 100. Objekt-Cutting blade at 35,0 HP, cutting blade at 35,304 HP, 100% level 90. Okay. Magic Armor Plus, 1770 Endurance Level. M- Objekt Info, Stamina Killer at 87.0 HP 1% Level 76. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt die eine Box nicht zerstört. Gott sei Dank. Okay, das hätten wir. Kann ich jetzt hier hochklettern? Kann ich, tatsächlich. Soll ich mal aufpassen, ich glaube da oben sind irgendwo Messer. Dann kann ich nämlich den Lift sparen. Dann kann er mich gleich hier hochklettern. Dann muss ich nur wieder aufpassen. Oh, ich habe es gewusst. Okay, ich komme gerade hinter dem Messer raus. Super Speed rank 310 makes you run very fast for 30 seconds. Magic Armor Plus, 630 in your 10-4. Ah, toll. Wie ich befürchtet habe. wie ich befürchtet habe das Ding ist kaputt gegangen verdammt ah shit ah verflucht jetzt muss ich erst wieder nach oben muss den Schalter betätigen 25 222 super speed drink 307 makes you run very fast for 30 seconds 25 266 25 193 25 150 super speed drink 306 makes you run very fast for 30 seconds 76 0 48 100 48 102 49 111 wenn ich das Glück habe dann habe ich das vermasselt 25 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 26 27 27 28 30 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 20 30 Na also. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss das Ganze nochmal machen. Nochmal den Sensor holen und nochmal... Och, nee. So, Lift. Ist in Ordnung. Wir produzieren aber auch einen Müll hier. Jetzt fährt er es wieder nach oben. Ja, meinetwegen. Ich fahre gern Pater Noster. So. Jetzt sind wir oben und jetzt fahren wir wieder nach unten. So, jetzt sind wir bei 200, runter auf 100 und dann auf 0. Okay. 26, 99. 26, 38. 26, 19. Okay. Super speed drink three hundred and three makes you run very fast for 30 seconds Object info door at zero key holder at door at 100 zero What? Hello? Let's do soul Yeah, exactly Silhouette Energy Und jetzt müsste in dieser Box hier Ah Okay Da fuhr ein Enemy Container So, darf ich jetzt? Danke schön Selector Stage Tutorial Selector Level 25-2 The 5th Floor Central Area There are powerful enemies here You'd better rush to the end Rather than killing each of them Mhm Tactical item Super speed drink three hundred and three makes you run very fast for 30 seconds Ich werde trotzdem mein Jojo benutzen Ich werde trotzdem mein Jojo benutzen I can one Large super speed drink three hundred and one makes you run very fast for 30 seconds Point 3 points 10 points 3 for 20 points Point 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 3 points Point 3 Quarts 3 Quarts 4 Quarts 10 Quarts 10 Quarts 10 Quarts 10 Quarts 10 Quarts Super Speed 209 10 Quarts 10 Quarts 10 Quarts 10 Quarts 3 Quarts 3 Quarts 3 Quarts 3 Quarts M 10 Quarts 10 Quarts Tactic super speed rink 298 makes me run very fast with that 3 points 3 points 3 points 3 points 3 points 3 points 3 points